Tja, herzlich willkommen bei Andreas Rienbacher, Personal Trainer aus Karlsruhe. Ihr wart nicht alle auf Videoclips, ich weiß es. Ich habe es auch geschrieben in meinem Channel bei YouTube. Es dauert noch ein bisschen, habe noch relativ viel Arbeit, viel zu tun, noch bis zur ersten Oktoberwoche. So, ab dem 4. wird es ein bisschen besser, sage ich jetzt einfach mal so. Genau, weiß ich nicht, aber ab da werde ich mir wieder Zeit freischaufeln, ein paar Clips für euch zu drehen. Clips dieses Mal auch zum Thema Nahrungsergänzungen, Supplemente und zwar Stacks, die man hervorragend kombinieren kann und natürlich dann auch gute Resultate mit erzielt, unter Voraussetzung, dass das Ernährungsverhalten stimmt und das Drehungsverhalten. Und dazu, damit ihr wisst, wie das funktioniert, das Drehungsernährungsverhalten, gibt es natürlich auch wieder ein paar Clips zum Thema Drehende Ernährung. Es hat seinen Grund, warum ich genau vor dem Bild stehe, das denkt der eine oder andere sich bestimmt schon. Das ist die neueste Errungenschaft, das ist entstanden im Juli 2012 in Österreich. Wir stehen da auf der österreichischen Seite im Bodensee und haben ein super geiles Fotoshooting gehabt mit der lieben Fotografin Jackie Liebe und dem Fotografen Ingo Kreml, Schaman Fotodesign. Sehr schöne Ausbeute, wollte ich euch nur mal zeigen, euch kurze Infos geben. Also dann, bis bald, habt Geduld mit mir, Andreas Trienbacher, Personalin aus Karlsruhe. Deine Fitness, meine Aufgabe.